Hallo zusammen, heute geht es um die Reparatur von Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien. Ich hatte früher diese Liontron-Batterien, da mache ich euch am Ende ein Video dazu, und diese Batterie, die kann man aufschrauben. Also das heißt, man kann darin dann irgendwas reparieren, was hier dann nötig ist. Und hier habe ich unsere Batterie, zwar ein Hunderter, aber das spielt keine Rolle, und diese waren mit einem Harz verklebt. Also diese Batterie aufmachen, kamen dann so Spezialwerkzeuge zum Einsatz, aber an sich, die Aufmacher ohne das Gehäuse zu zerstören, ist nicht möglich. Wir haben jetzt mit unserem Lieferanten, oder schon seit letztem Sommer, geschaut, dass wir einen anderen Kleber kriegen. Ihr kennt vielleicht von den Boten, die Teaksteck, da ist so eine schwarze Gummimasse dazwischen. Und genau mit der sind jetzt die Batterien verklebt. Die sind dicht, aber es werden nicht ab. Das heißt, ich kann die lösen. Und zwar habe ich hier ein Spezialwerkzeug. Hier muss 100 Ampere draufstehen. Ich ziehe hier diese Polklemmen weg. Ich mache dazwischen hier zwei Anti-Rutschmatten, weil ich muss ja das greifen können, wenn ich es richtig mache. Diese Anti-Rutschmatten dazwischen. Und ich hänge hier die Schraube in die Polklemmen rein. Dann kommen solche Schraubzwingen dazu. Hier ziehe ich diese Bretter an. Machen vier Stück. Dann nehmen wir hier eine Rätsche, ziehen diese Schraube hier oben an. Und ihr hört jetzt vielleicht, da knackt es schon ein bisschen. Abwechslungsweise ziehen. Gut, wir machen das eigentlich auf dem besten Tisch. Hier haben wir Rollen drunter. Aber ihr seht jetzt schon, wie sich das hier anlöst. Ihr seht jetzt, das hat sich gelöst. Der Pol hat sich... Jetzt habe ich hier hochgezogen, so dass ich hier ein Stück Holz reinbringe. Nicht ein Metall oder ein Schraubenzieher, dass sie nicht an die Pole hinkommen, wegen der elektrischen Ladung, sage ich mal ganz frech. Ich habe jetzt hier ein bisschen geschnitten. Hier kommt jetzt einfach nur ein Träger drüber. Mit diesem Träger kann ich dann die Batterie anheben, den Deckel auf der anderen Seite. Ihr seht jetzt, die Batterie ist offen. Ich packe die wieder aus. Ich habe jetzt hier noch eine Batterie dazu. Und zwar ist das eine ältere. Einer der ersten, die wir gekriegt haben. Hier ist so ein Harz. Und der ist richtig hart. Oder hier, man sieht, dass das wird dann hier ergänzt. Dann ist der Deckel auch hier nicht ganz unten. Spielt aber keine Rolle. Und hier ist ein Gummi. Der ist weich. Und den kann ich so mit Gewalt öffnen. Dann wird der hier noch weggenommen. Und dann komme ich hier zu dieser Platine. Und so kann ich diese Batterie aufmachen. Hier den Silikon nochmals wegnehmen. Oder Silikon, die Gummimasse. Und nachher neu verkleben. Zusammendrücken. Schraubzwingen zu. Einen Tag warten. Oder nicht mal. Und dann ist das Ding wieder verklebt. Ich kann jetzt die rausnehmen. Ja, hier habe ich das Gehäuse. Es ist wirklich ganz geblieben. Also nicht beschädigt. Das kann ich jetzt wieder montieren. Hier noch den Gummi ganz rauskratzen. Ist nicht so eine Hexerei. Warum habe ich die jetzt auseinandergenommen? Wir haben eine Störung über Temperatur. Und es wird 600 Grad angezeigt. Wir sehen jetzt hier diese Temperatursonden. Die sind gesteckt. Die kann ich also lösen. Hier unten auch lösen. Und dann kann ich die ersetzen. Könnte auch logischerweise das ganze BMS ersetzen. Da muss ich hier einfach löten. Aber das ist eigentlich mit einem fetten Lötkolben kein Problem. Die Zellen auswechseln. Die sind hier reingeschweißt. Jetzt kommen wir wieder zu der Liontron. Die machen Werbung. Da kann ich eine einzelne Zelle ersetzen. Theoretisch kann man das. Ich habe es mal probiert. Ich habe schon ein paar Batterien aufgemacht. Nur wenn ich dann hier eine Zelle von diesen Zellen ersetze. Dass ich genau die gleiche kriege. Die gleich alt ist. Die gleichen Zyklenzahlen hinter sich hat. Das kriege ich nicht hin. Also hier eine Batteriezelle. Eine Zelle zu ersetzen. Ist eher nicht ein machbares Ding. Aber so eine Temperatursonde. Die kostet keine Ahnung. Ein paar Pfennig. Das BMS kann ich hier ersetzen. Ich kann hier die Software aufspielen. Neu. Auf dem BMS. So kann ich, wenn die so verklebt sind, diese Batterien öffnen. Auch reparieren. Und zum Öffnen, ja das Werkzeug ist, wir brauchen es nicht viel. Bis jetzt funktioniert es. Kann man dann noch ein paar Sachen diskutieren. Schraube ändern und so weiter. Aber keine Diskussion zu diesem Spezialdachzeug. Besteht aus ein paar Paletten. Und so kann ich diese Batterien reparieren. Bei der Liontron wird auch Werbung gemacht damit. Ich kann die reparieren. Aber ich kann auch nur die Temperatur ersetzen. Ich kann zwar da noch das Bluetooth-Modul ersetzen. Das ist hier direkt auf dem BMS. Da kann ich es nicht separat ersetzen. Also hier ist auch eine nachhaltige Reparatur möglich. Und wir haben jetzt auch ein neues BMS, wo wir die Probleme mit dem Fiktron Bluetooth-Solarregler, habe ich ein Video gemacht, verlinke ich euch hier unten. Und hier oben verlinke ich euch das Video, warum ich keine Liontron mehr habe. Und die, die jetzt noch dran sind. Wir hatten eine Schweizer Vertretung, die Off-Grid Tech in Gretzenbach. LTD, eine englische Firma mit Sitz in England und Niederlassung in Gretzenbach. Die ist jetzt nach neuesten Handelsamtsblatt-Meldungen in Liquidation. Und bei denen hätte ich ja die Batterien reparieren lassen sollen und so weiter und so fort. Aber Liontron ist ein abgeschlossenes Thema für mich. Ich habe jetzt die auch zu reparieren möglich. Aber eine einzelne Zelle zu ersetzen, das macht auch bei Liontron keinen Sinn. Weil wenn sobald eine Batterie oder eine Zelle einen anderen Innenwiderstand hat, zieht es euch von den vier Blöcken einen leer. Hier, der Balancer, das BMS, gleicht die Spannung aus und irgendwann ist die Batterie leer. Ja. Und somit hier das Video von Liontron und hier das mit dem Bluetooth, was jetzt eigentlich nicht mehr der Fall sein sollte. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich wünsche euch einen Tag.